Was geht es um zwei Bereiche bei der Bildungs- und Berufsberatung? Es geht hauptsächlich um zwei Bereiche bei der Bildungs- und Berufsberatung. Einerseits um das Thema Information und andererseits um die Bildungsberatung. Bei der Information geht es darum, für die Leute Kurse und Ausbildungen zu suchen, wo sie im Prinzip schon ziemlich genau wissen, was sie suchen. Und als zweites bei der Bildungsberatung geht es darum, vor allem Menschen in Umbruchssituationen, das können Frauen nach der Elternkarenz sein, das können Menschen mit Burnout oder nach einem Burnout sein oder Menschen grundsätzlich, die unzufrieden sind im Job. Da geht es darum, mögliche erste Schritte gemeinsam zu erarbeiten, wie man einen Berufsumstieg schaffen kann, eine Umschulung machen kann. Meine Aufgabe in der Bildungsberatung im Bildungsnetzwerk ist einerseits vor allem alles, was mit dem Distance-Counseling zu tun hat, das heißt Fernberatung. Das heißt, das ist die telefonische Beratung, das ist die E-Mail-Information, die Online-Beratung. Und da war es heute zum Beispiel so, wenn ich früh ins Büro komme, am 9 schalte ich das Telefon ein. Das heißt, ich bin von 9 bis 13 Uhr beim steirischen Bildungstelefon erreichbar. Und in der Zeit, so wie es heute auch war, habe ich einige E-Mails beantwortet, Bildungsinformations-Mails und über die Online-Beratungsplattform Österreich der Bildungsberatung, waren auch einige Anfragen, die ich beantwortet habe und dazwischen einige Telefonate. Und da ist es meistens so, es war auch teilweise heute so, dass ich Sachen zu recherchieren habe und ich den Leuten, die am Telefon angerufen haben, was per E-Mail noch nachschicke, Informationen. Und nach 13 Uhr habe ich gewöhnlicherweise noch einen persönlichen Beratungstermin, den ich wahrnehme. So wie heute. Genau. Das Reizvolle an der Beratung ist für mich, dass es ein sehr vielfältiges Feld ist. Die Menschen sind sehr unterschiedlich, die zu mir kommen. Die Medien sind sehr unterschiedlich, wie ich die Menschen erreiche oder die Menschen mich erreichen. Die Themen sind sehr vielfältig. Man lernt sehr viel über Berufsbilder, über gesetzliche Vorgaben, die Firmen erfüllen müssen zum Beispiel, wenn sie Leute, qualifizierte Leute einstellen, welche Art von Außenleutebildungen es gibt. Also das sind spannende Themen, wo es mir auch Spaß macht, genauer hinzuschauen, also zu recherchieren. Und das Beraten an sich oder der Kontakt zu den Menschen und die unterschiedlichen Situationen, in denen sie sich befinden, wenn sie zu uns kommen, das ist etwas, was sehr spannend ist und nie langweilig wird. Hölle Einstich-Kreis-Kreis-Kreis-PR. Hölle einstich-Kreis-Kreis. wo es die Belehre sind zu tun.